Lasst uns gemeinsam beten. Gott ist mein Glück. Was für ein Glück, dass Gott mein Glück ist, das mir genau jetzt in diesem gegenwärtigen und heiligen Moment gegeben ist. Durch ihn wird mir Christ die Schau zuteil, die gütige Sicht mit den Augen der Liebe zu schauen. Gott, Vater, nur deinen Willen will ich tun. Nur auf deine Antwort will ich hören. Alles ist mir gegeben, denn dein Wille für mich ist vollkommenes Glück. Jetzt in dieser göttlichen Gegenwärtigkeit ist mir all das Glück gegeben. Jetzt ist der heilige Augenblick der Erlösung und des Glücks. Was für ein Glück, dass Gott mein Glück ist. Halleluja. Amen. Mein gegenwärtiges Glück ist alles, was ich sehe. Der Ersteam. Der ist eine Erlösung und der Erlösung. Vielen Dank.